Hey, weißt du, wo die Schere ist? Dark, wir leben in diesem Haus seit über neun Jahren. Okay? Und die Schere liegt schon immer an demselben Platz. Und trotzdem fragst du mich dreimal die Woche, wo sie denn ist. Nicht zu vergessen, die Brotsäge, den Pfefferstreuer, den Bratenwender. Ich sag dir mal etwas, Schatz. Ich hab es satt, ständig in meiner Küche den Reiseleiter zu spielen. Zu viele kostbare Momente wurden verschwendet, weil ich dir zeigen musste, wo was liegt. Also lerne, lerne! Ich meine, wenn ich sterben sollte, wie wendest du die Pfannkuchen? Wie würdest du dir jemals wieder ein Brot schneiden? Würdest du nur da sitzen, bitter weinen und ganz hilflos verhungern, bis jemand käme, der dir helfen würde? Nein, würdest du nicht. Du würdest dir lieber merken, wo etwas liegt. Also komm schon, Schatz, bitte. Los, versuch's. Finde die Schere allein. Versuch's mal. Na los, Baby. Kannst es schaffen. Geh schon. Ich hab sie. Du hast sie. Du hast sie. So schwer war das doch nicht. Nein, eigentlich nicht. Was suchst du jetzt? Tesafilm.